100 Kandidaten. Willkommen. Dies ist eine Studie, um den perfekten Körper zu finden, unabhängig von Geschlecht, Alter und ethnischen Ursprungs. Sie nehmen hier an einer Reihe von Spielen teil, bei denen Ihre Statuen auf dem Spiel stehen. Beweisen Sie, wozu Ihre Körper in der Lage sind. Bitte ziehen Sie Ihre Uniform an. Als es ernst wurde, bekam ich etwas Angst und fragte mich, ob ich neben so vielen Profis wie für den Lebensunterhalt trainieren überhaupt aufhalten kann. Einige hatten bessere Körper als ich. Das hat mich etwas nervös gemacht. Man muss sich gut vorbereiten. Es wird nicht leicht. Ich mache jeden fertig, den Sie mir in den Weg stellen. Ich zeige Ihnen, wie gefährlich Leute sind, die Crossfit machen. Ganz ehrlich, ich glaube eher nicht, dass mich jemand besiegt. Sie haben gewöhnido, wie mich jemanden ausgelegt. Ich werde nicht mehr einfach noch einmal aufhalten. Ich danke. Ich danke. Ich danke.